Es ist schon erstaunlich, wie schnell mittlerweile in Berlin gebaut wird. Auch das Amazon-Hochhaus am S-Bahnhof Warschauer Straße wächst unaufhörlich in die Höhe. Bis 2023 will man den Tower fertiggestellt haben. Dann wird der 140 Meter hohe Turm ein Wahrzeichen im Ostteil Berlins sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020